So, wir spielen nochmal eine Runde Burn, Zombie, Burn. Wir müssen glaube ich nochmal den Wald machen, weil da haben wir ja gar nichts geschafft. Hier erstmal Freischaltenbranche auf Wald. Ja. So, was machen wir hier? Zeitmodus. Oder Daisy. Machen wir mal den Zeitmodus, mal gucken wie es da abgeht. Wie das da läuft mit der Zeit. Ich denke mal die Zeit, die läuft wohl runter. So, da müssen wir nur in gewissen Zeit bestimmt viele Zombies umbringen oder so, keine Ahnung. So. Ah ja, 5 Minuten. Das ist auch ein bisschen wenig. Ich weiß, in der Zeit muss ich wohl am meisten machen. Auch Bronze Medaille 300.000. Das ist doch ein bisschen viel, oder? Da sind gar keine. Am Anfang sind es noch so wenige. Das geht mal down. Ich muss weitere Waffen suchen. Geht es unter? Nee, brauchen wir doch nicht. So, ich muss ihn mal burnen. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr Punkte. Dann müssen wir hier ein bisschen der Zaun. Alles schön anfackeln. Ja, okay. Ich glaube, der Punkt guckt das auch nicht. Oh, no, no, no. Das war natürlich sehr schlau. Einmal hier durch. Durch die Bomben. So. Bündermit. Oder TNT. Warum hat der noch Damage gemacht? Weil er ein bisschen immer so knackst. Mit den ganzen Knochen. Da muss er noch ein bisschen immer auffassen. Hallo. Hier oben kommt Schaden. Ich frage mir nur, was nach der Zeit hier passiert, weil er hat er 300.000 in 10 Minuten. Das geht doch fast gar nicht. Also kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Oh, da unten leben. Komm, da kommt wieder so ein Explosiver. So, ich bin jetzt halt mal ein bisschen offensiv. Autsch. So, haben wir hier platziert. Ich auch ein bisschen schlecht platziert. Oh, nein, Leben. So, guck mal, dass ich mich hier ein bisschen durchschlängen kann. Ich kann mich hier ein bisschen anzünden. Mal ein bisschen brennen. Oh, da hinten schläft Leben hinterm Haus. Munition. Ja, genau, alles dahintre. Oh, die ganzen Meutisch. Na, super. Kommen sie alle. Hören wir mal das TNT. Nochmal hier alles. Alles trocken sie da. Oh, Munition. Sehr gut. Da kommt wieder der Explosive. War nicht gut. So, ey, geh hoch. Geh hoch. Huh. Munition. So, da kommt alle zu mir. Lauft alle in die Fettensäge rein. Ja, natürlich super. Oh, nee. Der explodiert. Ja, aber der Fett läuft eigentlich doch ganz gut. Naja, der Zelt läuft halt weg. Ich glaube, ich stehe jetzt einfach nur ein Zelt nix. Und wir stellen den Rekord auf. Und dann können wir hier probieren, immer schneller und besser zu sein. Denk ich jetzt mal. Machen wir hier mal ein bisschen. Wir haben eben nur eine halbe Minute. Und dann nehmen wir die Explosiven auf den Sack. Und dann nehmen wir die Explosiven auf den Sack. So, einmal hier durchmetzeln. Ja, oh, was? Achso, ich habe schon gedacht, ich bin gestorben. So, ja, aber halt. Alter, wie müssen wir 300.000 da schaffen? So, dann probieren wir gleich noch hier den... den Daisy-Verteidigen-Modus. Ich glaube, da müssen wir immer auf so eine Tuse aufpassen. Ich glaube, die heißt Daisy. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, Alter, warum steht hier jetzt eine Karre? Ach, die hockt in der Karre? So, okay. Man muss halt aufpassen, dass die dann nicht da hinkommen. Oh, das ist ja aber auch ein bisschen übel. Das ist von Welle Nummer 1. Eins, so, Lübel. So. Wir haben hier eine Waffe, aber das ist halt nur so ein blöder Schläger. Guck mal, wie viel man da schlagen muss. Oh, no, 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 Daisy! Ich versag schon am Anfang. Na, nicht auf die Karre. Weißt du, warum nehme ich jetzt auch den blöden Schläger in die Hand? So, jetzt hier die Knarre raus. Alter, wollen wir hier schon leben? Da kommen ja schon so viele. Ich habe keine Chance hier. Doch die Daisy kann ja auch Leben bekommen. wieder. Vielleicht brauchen wir hier eine bessere Waffe. Dann muss ich mir kurz ziehen. Was ist denn? Alle hinten. Wie weiß ich, komm! So, einmal aufgeräumt. Ich habe hier wieder alle weg. So, Leben haben wir noch. Wenn da mal nachher so richtig viele kommen, dann ist das schon übel. Oder vielleicht der Große. Wenn man das geht, ja, bis ich sterbe oder bis sie stirbt. Oder das Auto. Wir gehen ja nur auf das Auto. Ich gehe nicht auf die Daisy. Wenn das auch ein bisschen schwach sind. Dann fangen wir zu zweit. Ja, das war echt richtig geil. Weil dann könnte mal so jeder eine Seite. Oder hat jeder zwei Seiten eher. So, weg von der Karre. Oh, Gott. Vielfach Kill. Hallo, wie die auseinandergefext sind gerade. Oh, Haus aus dem Gebiet. Oh no, das TNT. Hat der auch damage gemacht. Okay, nicht gut. Aber das beschützt mich halt schon ein bisschen übel. Ja, schreie halt rum. Oh no. Aber jetzt habe ich hier nur wieder so die blöde Knarre. Alter, das sind eigentlich wirklich viel zu viele wiederkommen. Ich habe ja gar keine Chance. So, jetzt mal aufräumen. Hier wäre die Gatling halt geil. Alter, da kommen wieder so viele nach. Ich habe mir gar keine Zeit. Ja, das klappt nichts. Wann wie würden wir da so viele Punkte machen? Das verstehe ich echt nicht. Also bei dem normalen ist das okay. Aber bei dem, ich glaube, bei dem Daisy und so. Wir müssen gar nicht raus schaffen. Da gibt es auch irgendwelche Tricks, dass wir hier die Kombusrichtigkeit aufbauen können. Das weiß ich halt nicht. Ja, hallo Muni-Lehrer hier. Ist schon noch ein Trumpe. Hier einmal. Da einmal. Da einmal. So, ja eben. Und da ist sie down. Ich denke, da machen wir dann den normalen Modus. Weil da ist es, glaube ich, am ehesten, dass wir eine Bronze bekommen. Burn. Burn, burn. Die singen. Burn. 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 Burn.